ok gucken wir mal kurz in sein inventar er hat nämlich nichts außer seinem säbel gucken wir mal kurz bei ihm hier persönlich ach so hier unter fähigkeiten oder verteidiger da kämpfergeist genauigkeit schaden für erfordert ausdauer unter 50 also wenn er zu viel schaden genommen hat niederschlag waffenschwerpunkt raufbold einsatz von säbel stilett knüppel und pistole und donnerbüchse also ja sollte er beim säbel bleiben und ihr habt es vielleicht gerade gesehen ich habe hier zwei sachen bekommen und zwar sind dass die beiden gegenstände einmal da uns schwur aus dem pre-order und zwar ich habe das spiel ja als box gekauft bestellt und habe den key für die für den pre-order erst gestern abend bekommen und konnte es dann erst freischalten das hätte ich die beiden sachen von anfang an gehabt gaud schwur also ein ring gibt gaud schwur dieser gegenschutz bestützt den träger von den unzähligen gefahren wie wir die welt von euro heim suchen als eine der aspekte des gottes iotas repräsentiert gaud die ernte des hohen alters was hier vor den vielen ineinandergreifenden sichern dargestellt wird die den regen bilden da kann auch dabei hilft die wirte des hohen alters zu schützen haben auch seine anhänger geschworen dass das verfrühte ernten junger leben zu verhindern ich würde mal sagen ich lege das ding einfach mal an und guck mal was das bringt und du bist ein wie die weltraum ferkel ja das riesiges mini weltraum ferkel das ist eine anspielung kauft das habe ich mir damals schon gedacht dass ich gesehen habe was die priorisachen sind dieses winzige titanische schwein sieht äußerst fremderartig aus was den starken kontrast zu seinem niedlichen verhalten steht es folgt ihr treu und verlangt im gegenzug nichts als kameradschaft ja ich könnte das ferkel statt dem hunter reinpacken dann läuft mir jetzt das hinterher genau wobei das nicht so mini aussieht aber ich nehme erst mal glaube ich den hund ich weiß nämlich doch nicht was haustiere machen außer vielleicht einfach nur niedlich aussehen gut also wir haben unser drittes gruppenmitglied das ist schon mal sehr gut und hey sein bogen wird auch hinten angezeigt dass wir jetzt mal kurz ausprobieren und wenn ich ihm den bogen weg nehme dann sieht man wohl nicht mehr welche wieder anlegen dann sieht man ihn da welchen effekt nehme ist er weg ich so mal etwas der rade sieht man es glaube ich besser ja das ist geil dass die waffens jetzt auch alle visuell sichtbar sind auch wenn man sie gerade erst angelegt hat also auch wenn sie nicht angewählt sind so wollte ich sagen so das kann ich auch eine ordentliche formation hier bilden nämlich du gehst da nach vorne sehe ich die formation irgendwie falsch muss ich dir irgendwie so andere ich ausrichten ausrichten nee oder muss ich sie unterhalb des kreises ausrichten naja egal aber ich muss ja auch erst auswählen das macht natürlich schon eher sind und eine mühle die wird gelagert schweinwur trumbel wir wissen dass da drin noch mehr getreide ist wir werden uns nicht mit ein paar krümeln zufrieden geben während du dich an unseren fettfrüchten fett frisst aus der mühle gedrückt trinkt gedämpftes geschrei der erste von euch suffköpfen der durch die tür kommt kriegt als direkt zwischen die augen schweinwur die götter seien beide zuge ich werde dich wie ein hund zur strecke bringen lass uns erstmal abziehen leute aber wir kommen zurück hörst du trummel und wenn wir zurückkommen da wirst du uns einen fern preis bieten das werden wir mit ihr abrechnen so war uns die flamme helfen ok ein zwerg der hier stumpf macht immer auch mal schön gucken ob hier noch genau kräuter sind also ja so funktioniert die formation war richtig so du schlappst du hier die siedler pfeil und wir gehen mal hier rein oh der ist aber gut bewaffnet vor dir steht ein elf dessen ziemlich stimmiger körper auf ein arbeitsreiches leben schließen lässt sein gesicht bleich und zerschöpft seine augen weit aufgerissen hinter ihm tauschen ein mann und eine frau beide etwas jünger besorgte blicke aus als du eintrittst hebt der müller eine keule hoch die in seinem schwachen griff stark herum schaukelt raus mit dir wenn ihr dein leben lieb ist wir können sagen ich lasse mich nicht gerne bedrohen was eigentlich auf harem zutrifft aber ich denke da sich das hier ein volumen ist verständnis handelt was harem ein sieht sagen wir im moment ich bin ich nicht hier um jemanden zu verletzen der müller zögert und sinkt da die keule moment weil ich kenne dich du bist doch gerade erst im dorf angekommen oder sagt bloß nicht das fehler schon seine krallen in dich versägt hat bei den göttern das hat mir gerade doch gefehlt also erst mal sage ich lasse mich nicht gerne bedrohen dann haben wir was gemeinsam trompel hebt sein kind ein wenig angesichts all des gifts dass ihn zwei jungen geträufelt hat wird es nicht lange dauern bis sich jemand entscheidet auf gewalt zurückzutreifen und ich werde es nicht zulassen dass bei der ganzen familie etwas geschieht wer ist nur der zwerg der da draußen steht und unter den darf dann lügen verbreitet dieser bastard ist schon seit jahrzehnten hier und er ist im laufe der zeit nicht gültiger geworden der müller zögert und sinkt seine keule ein wenig ja das hatten wir schon und was ging es bei diesem krawall da draußen trompel schüttelt den kopf wo soll ich anfangen es weder hat sie fast zum überschnappen gebracht mit seinem gerede über die getreidevorräte er behauptet ich hätte den größten großteil versteckt mehr als das getreide zu verkaufen mache ich doch gar nicht ich kann es nicht aus der luft zaubern und es umsonst unter die leute bringen kann ich auch nicht ich bezahle die bau für die ernte die sie mir bringen und verkaufe das was meine mühle produziert das meiste getreide wird zu alien für die schenke zum schwarzen hund im west des dorfes und daran haben sway vor und seine leute gar nichts auszusetzen zwerge trinken hat gern hast du auf deinem weg zum torf beim blick auf die fäder geworfen die ante ist verdorben und habe ich vielleicht auch das meiste von dem was wir die bau bringen trommel gestikuliert auf die säcke und behälter das ist schlecht geworden total durchgefault ich kann doch keine spitzenpreise wird verdorbenes weizen zahlen und ich habe doch habe kaum noch genügend getreide übrig um über die runden zu kommen es wäre doch heut dingen nach auf die er kein recht hat scheint bei ziemlich grad die die geschichte für eine chaotische situation zu sein ja ein bisschen sarkasmus von hagen trommel schaut böse es ist keine erhältnisse schau mal es ist schon immer ein schämiger bastard gewesen da die vorrede schon so gering sind sollte ich die guten sachen vielleicht für die leute zu bekannten die sie verdient haben aufrat zum beispiel sie erwartet ein kind soll ich sie stattdessen verhungern lassen wissen die dörfler über den getreidevorrat bescheid also bevor wir sagen wir nehmen uns weh noch mal zur brust fragen wir lieber trommel guckt verlegen drei manche ja die schankwürde zum beispiel es ist besser nicht allen sorgen zu bereiten ich werde schon bald neue vorräte ankaufen wenn wir es schaffen dass bis dahin alles ruhig bleibt sind wir aus dem schneider die schankwürttin trommel zuck zusammen ich würde das eben lieber nicht trinken mehr sage ich nicht vielleicht sollte ich mich bei diesem suede unterhalten der müde sagt fast vor erleichterung zusammen ich wäre sehr dankbar wenn du das tun würdest gehört er ja nicht mehr zu aber vielleicht hast du mehr glück sagt sagt ihm dass wir alle deswegen schwere zeiten durch machen dass wir alle opfer bringen müssen wenn du ihn überzeugen kannst werden wir dafür deiner schuld stehen gut gibt es hier drin irgendwas ja hier drin würde es was geben gucken wir mal kurz rein sein letztes getreide klauen wir ihm nicht ich habe noch mehr fragen wieder mit der gesamten situation was gibt es da zu erklären es ist nicht sonderlich kompliziert ich habe keine weiteren fragen okay noch nicht ich komme wieder ulf da die beiden sehen mein vater ist ein guter man er hat sich der stadt gegenüber immer gerecht verhalten vater kann bestimmt besser erklären was hier gerade passiert ist und die anderen beiden sind mühlenwächter ich finde es auch schön wie hier alles sich bewegt was sagte vor diesem beiden grün befleckten getreide geht ein widerlicher geruch aus okay das getreide ist definitiv vollkommen verschimmelt so werbiert zauber und hier zwar nur im kampf und den können wir immer benutzen okay und akala angriff gut dann reden wir mal mit diesem swain nur damit der uns keine probleme mehr macht und da müssen wir ein bisschen taktisch vorgehen und planen was wir machen wollen da wir ja jetzt eine kleine gruppe sind so wo können wir diesen swain nur wahrscheinlich finden hier ist der tempel gasthaus was sagt das tagebuch fragmenter eines zertrümmerten glaubens er hat zugestimmt mit mir zu reisen erschien einige fragen zu haben von den arbeiter wächter können sie vielleicht beantworten nachdem ich jeder sagt dass ich unterwegs nach kehrt nu sei und dort sein fürst noch zu suchen einen alten wächter damals mehrmals sagte er dass er auch mehrmals gerne einige dinge fragen würde begrabene geheimnisse für sredrik hat beschlossen hat beschlossen dem verlassenen tempel goldtag für eine neue gottheit umzuweilen der tempel eingang wurde geöffnet was den tempel zum ersten mal seit vielen jahren zugänglich macht im tempel traf mich auf einen mann namens wird hat er mich gebeten hat die ruinen nach überresten von erotas priester zu durchsuchen die redrix wachen angeblich vor vielen jahren abgeschlachtet haben wird haben erwähnte dass der tempel voller geheimkammern ist und dass ich die sterblichen überreste wahrscheinlich wird das den kinder geschossen des tempels finden werde wird dann warte mich aber dass auch dass der tempel von spinn und skuldur heim gesucht wird naja gegen spinn kommen wir jetzt gut an muss man kurz gucken du hast eine rüstung des heiligen kriegers nicht schlecht nicht schlecht du hast du die leder rüstung was haben wir doch so im lager nichts wichtiges gut da würde ich mal sagen ach so ich wollte ja gucken wo finde ich die typ die spaltung zwischen dem müller und einige örtlichen bauern scheinen den sie land den sie den punkt zu erreichen die soto so könnte sich lohnt der müller hat in seiner müde hat sich in seiner müde verbarrikadiert und die bauern sind vorerst die hiesige schenke gegangen einigen gebauer den goldtag behaupten dass der müller trumpel getreide zurückkehrt die jungen bauern sind aufgemacht und die eskalation der situation scheint wahrscheinlich ich habe mit trumpel gesprochen den müller vom goldtag er befürchtet dass seine familie von einer gruppe dörflagen gegriffen werden wird die behaupten er würde ihnen eine in ungerechte preise für getreide berechnen habe ich gegeben mit diesem an mit dem anfang dieser gruppe namens wieder zu sprechen und den konflikt zu beenden es wäre nur hält sich wahrscheinlich in der schenke auf also erst mal wieder zurück zur schenke ja und den kursor den habe ich auch vermisst das ist nämlich der original das geht kursor der genau dieselben bewegungen macht jeden fall das geht so dabei ab wie die schenke so wo ist dieses medua ihr seht aus wie normale dörfer die haben wahrscheinlich nichts wichtiges zu sagen ich dachte immer die schenke würde untergehen nachdem der besitzer gegen wagen war aber sie hat überlebt so da ist weh nur ich weiß nicht wer du bist und es braucht ziemlich egal gehen weiter wir sind nicht hergekommen mit ausländern zu plaudern das nimmt sich hg schon mal sehr zu herzen an auf glaubt die augen zusammen vorsicht erscheint sind sie aus dem selben holz geschnitzt wie diese schläger die mich angegriffen haben er rümpft seine nase und sie riechen auch so ich habe nicht vor der bühne gesehen was ist denn da gegangen trummel sagt dass du seine familie bedroht hast und das wundert mich gar nicht was für ein adliger dieser trummel zwei große starke kinder die reinste seele in ganz gold hat der zwerg schnaubt der feinkling sendet boten aus um seine angelegenheiten für ihn zu erledigen da du kannst zu ihm gehen und ihm sagen dass wir wegen ihm schon seit tagen nichts festes mehr gegessen haben dass wir uns wegen ihm die schenke nicht mehr leisten können aber das was wir uns nicht von seiner stadt von irgendeinem ausländer einschüchtern lassen